Hallo und herzlich willkommen zum Wochenwetter von wetter.net. Das vergangene Wochenende war ja richtig heiß. Wie erwartet wurden sogar stellenweise in Baden-Württemberg und in der Lausis die 36 Grad knapp erreicht, sonst verbreitet 30 bis 35 Grad. Allerdings angenehm war das Ganze bei Weitem nicht. Oftmals sehr schwül und teilweise auch garniert mit heftigen Schauern und Unwettern. Ja und ein Unwetter hat ja auch das Festival Rock am Ring in der Eifel massiv gestört. Dabei waren wir ja eigentlich vorgewarnt. Wir hatten schon gewarnt vor heftigen Schauern und Gewittern, aber leider werden diese Warnungen wohl nicht allzu oft ernst genommen. Am heutigen Tag geht es weiter mit diesen Schauern und Gewittern. Vor allen Dingen im Süden von Stuttgart bis nach München immer wieder Schauer und Gewitter. Schon am Morgen hat es recht kräftig gedonnert und geblitzt und die Temperaturen dort immerhin am höchsten bis zu 24 Grad, sonst im großen Rest. Da gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken und mit 14 bis 22 Grad ist es dann dort deutlich kühler als am letzten Wochenende. In der kommenden Nacht gibt es dann kräftigen Regen vom Erzgebirge über den Bayerischen Wald bis zu den Alpen. Da kann es kräftig schütten im großen Rest. Da lockern die Wolken stellenweise auf und die Temperaturen, die gehen zurück auf frische 9 bis 5 Grad und nur bei den Dauerregenwolken, da werden so 12, 13 Grad erreicht. Die nächsten Tage, ja die bleiben insgesamt eher wechselhaft. Am Dienstag und Mittwoch im Süden, doch am unfreundlichsten, viele Wolken immer wieder Regen und das Ganze dort bei 15 bis 20 Grad. Dagegen im Westen und Norden sehr freundlich. Hier Temperaturen teilweise bis zu 26 Grad. Ja, am Donnerstag und Freitag, da gibt es nochmal kurz einen Hitze-Peak. Am Donnerstag werden 24 bis 32 Grad erreicht, doch die Gewitter und die Schauer, die lassen nicht lange auf sich warten. Freundlich bleibt es zunächst nur am Norden, doch in der Mitte und im Süden, da kann es schon wieder heftig scheppern. Heftige Gewitter gibt es dann auch am Freitag. Bei Temperaturen zwischen 26 bis 35 Grad ist es zudem wieder relativ unangenehm schwül und aus Westen, da ziehen die neuen Unwetter heran. Auch der Samstag bringt weitere Schauer und Gewitter. Mit 20 bis 27 Grad wird es dann schon wieder etwas kühler und am Sonntag noch kälter. Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad, vor allen Dingen am Alpenrand als kräftiger Regen, aber auch sonst ein Gemisch aus Sonne und Wolken und immer wieder Schauer. Ja, der Trend ist eindeutig. Es geht mit den Temperaturen auf und ab, auch beim Wetter, mal Sonne, mal heftige Schauer und Gewitter, ähnlich wie im Mai. Ein beständiges Sommerhoch will sich im Juni bisher nicht einstellen und ist auch in den kommenden 7 bis 10 Tagen sehr wahrscheinlich nicht zu erwarten. Trotz dieser leicht wechselhaften Aussichten, da wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, bis Mittwoch.